Untertitelung des ZDF, 2020 Sie war einmal eine mächtige Kaiserin, die hatte ein edles Herz aus Stein. Sie wollte unbedingt Afrika erobern, um weiterer Edelsteine willen, und schickte deshalb ihr größtes Kriegsschiff dorthin. Aber auch ein riesiges Seeungeheuer nahm zur gleichen Zeit Kurs auf den Kontinent, um dort ungeheure Dinge zu veranstalten. Würden das Kriegsschiff und das Seeungeheuer um den Besitz Afrikas einen Krieg beginnen? Afrika empfing die Kontrahenten indessen so herzlich, daß es die anderen regelrecht verzauberte. Seither sind sie alle ein Herz und eine Seele, und wenn sie nicht gestorben sind, warten sie noch heute darauf, daß der Erste einen Fehler macht. Untertitelung des ZDF, 2020